Warte mal ganz kurz, ich will kurz umgehen ein bisschen. Ja, ich muss ja mal gucken. Desintegration. Kanalisiert einen Strahl reiner Energie. Ich versteh es nicht. Hydra. Ich schwörte einen mehrköpfigen Hydra, die 15 Sekunden lang Gegner mit Feuerbällen angreift. Die Uhr erfolgt. Das klingt nett. Aufstampfen, Revanche, mach ich. Heilung. Und auch Scheiße. Plattfliege. Ah, mein 20er Talent hab ich noch gar nicht ausgewählt. Deswegen hat sie uns Gohan nicht erwählt. Verdammte Axt. Was ist denn das? Neutra. Verdiquoten in ihm. Nein, ich werde ihm nicht erlauben, dass ihr dieses Monster Leoric erneut auf die Welt loslasst. Was ist denn das? Oh, es kann jetzt, ich gehe es, economics kann auch sein. Wir sind ein bisschen nachธ vent zuz cooled. 1zas hängen. 1zas mit 2. 2zas. 1-0. 243. 254. 254. 255. Das ist eigentlich nicht der Typ. Ah, ich leuchte die Arbeit. Ey, der Slownerv tat. Oh, ich leuchte das. 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 Da, 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 da! So, es kann sein, dass wir die jetzt richtig weg robben, die nächsten Gegner. Inwiefern? Bei dem war der Ninja der News. Können wir gleich mal sehen. Bitte? Können wir gleich sehen. Ich habe jetzt nämlich meine Zweihandachse angezogen. Kann ich aus einem Sockel eigentlich zwei Sockel machen und nicht Glück habe? Ich habe Waffen und Kopf. Okay. Dann verstehst du nicht, was ich meine. Ja, auf Waffe kannst du keinen zweiten Sockel haben. Auf Brust und Dings schon. Das ist unmöglich. Sind wir bereit? Ja. Oder? Wir bereit. Warte. Warte. Schön. 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 das stimmt das muss ich auch noch nachgucken ob ich mir ein neues schmieden kann dass ich noch geilere rüstung kriegt jetzt ja Vielen Dank. Das kann ich nicht benutzen. Warum sollte ich das tun? Das kann ich nicht benutzen. Das kann ich nicht benutzen. Warte. Bitte? Hm? Wo ist dein? Hier, die kannst du jetzt nehmen. Queer Chris. Die ist aber... Schlechter als meine. Echt? Ja. Willst du die wieder? Ja, ich bin zwar bei dir dann. Schlechter als seine, echt? Ja, und trotzdem, danke. Ja, ich bin klar. Ja, ich bin klar. Ich bin klar. Ashley, ich bin klar. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Das kann ich nicht tun. Ich bin fast fertig. Was ist deine Intelligenz? Äh, deine Stärke? 319. Okay. Dann bin ich ja diesmal recht gut dabei. So, dann lass uns mal losstarten. Warte. Dann lass uns mal durchstarten. Bin ich echt gespannt, was es jetzt aussieht. Oh, ich wollte ne Monster hier. Oh, ich geht's jetzt. Oh, ich geht's jetzt. Oh, ich geht's jetzt. Oh, ich geht's jetzt. Oh, toll. Ach so, okay. Dann ist es schon mal. Jetzt geht's ganz ein bisschen flotter. Wie so ein Besuch in der Stadt ausmacht. Ja. quiserh. Das ist nicht wahr. Ich bin Marian. Ich bin operationiert. Ich bin eine Ver 256. Ich bin Joppo-Teta-Eins, das ist schön. Das war's für heute. Du kannst die Fässer auch mit deinem Eisstrahl aufmachen, ne? Genau. Flutter. Mein Name ist Lachdanan und ich bin verflucht. Ich war einst der Hauptmann von König Leoric's Armee, lebte nur für mein Land und meinen König. Niemand bliebte seinen König leer als ich. Selbst dann, dass ich meine Klinge in sein dunkles Verdammt herstießen. Jetzt mal voran. Jetzt stehst du. Warte mal. Das ist Viva Wecker. Wann kommt ein Viva Top 100, Alter? Gar nicht. Flutter, das müsste auch wieder anfangen. Viva Wecker. Music. Aaaaah. Ich hab 747, da geht's schon. 747. 747. Okay. War da 1000er jetzt? 1048. Ich trau' dich, weil CSGO Leute cheaten, Alter. Der arme Klobe muss jetzt gegen den Cheater kämpfen, Alter. Und wird eventuell derankt. Als ich für Tannys Account gespielt hab, bleib ich erstmal ein eingestiegen. Das ist doch gut in CSGO. Das ist voll mies, der muss gegen den Dreck, die im Wallhacker spielen. Das soll besser sein als der Wallhacker. Du stehst gegen den Wallhacker? Ne, der Klobe. So, haben wir schon gewonnen. Die carry'n einen voll da durch, die Gegner. Ich ebenso. Geht gut ab jetzt. Was ist denn der Schüssel am Ende von dem Typen? Hier entlang. Da sind meine Waffen. Ne Truhe. Weichert. Ich bin Cormac, Krieger des Templer Ordens. Sucht ihr nach dem Skelett König? So müsst ihr zunächst an Yonda vorbeikommen. Es gibt keinen Grund allein zu kämpfen. Ihr sagt es. Ein starker Speer an meiner Seite könnte hilfreich sein. Just... Ja, wird's gut. Ich hab mir einen Arm aufbessen. Ich hab's gut gehalten. Und da hat er auch noch... �onieren dann halt. Ich hab mir einen Arm aufbessen. Ich hab's gut passen. Ja, ich hab's gut gegessen. Ja. Ich hab's gut gemacht. Ich hab's gut gemacht. Die Gegner hatten halt bei den Uhr-Igeln. Wurgen gemacht. Was ist Igel? Über doppel AK2 in der Gold nicht hier. Relativ hoch. Alter wie schnell der Moog. Keine Chance Alter. Bring die mal weg bitte schnell. Oder? Weckspringen. Kann ich nicht. Ich komm nicht weg. Was weg ist gilt. Die Hydra ist besser. Lass uns mal von den Treppen weggehen. Was ist das? Nein der Dave hört auf. Wen soll ich jetzt zuschauen? Er macht halt zwei Eiswehren. Was ist das? Okay Jungs ich bin jetzt aufhören. Ich bin im Pen und so. Hör da rein. Hör da rein. Ja das hat jetzt mein Leben zerstört. Weil... Ich meine mein Name hast du auch so wunderschön vorgelesen. Haben sie den Krischgelöscht. Es tut mir so viel, dass du mir nie antwortest. Chance. Die alte Idee war so behindert. Aber die Kontaktlinsen waren gut. Die sahen nicht schlecht aus. Schöne Farbe war das. Schöne Farbe. Genau. Okay crazy. Okay. Okay jetzt hier noch ein paar schon. Also ein bisschen schöne Musik für euch. Ist das nicht ein wunderschönes Lied? Na. Eher nicht nein. Komm. Zumal gegen verstart uns den Weg. Doch der fuck toller eines Kindlers ist zu stark! Hey Mann, spiel jetzt auf, weil ich jetzt patent. Probier's mal. Ich hab gestern schon zu lang gepennt, ey. Das wär vielleicht gar nicht erträglich war um zwei Uhr wach. Na. Ich bis drei im Bett hab Fernsehen geschaut. Das ist ein Viva Wecker. Mal nicht Viva Wecker, sondern Viva allgemein. Hm, geh eigentlich. Ich bin weg. Adelan, Peter Pan. Adelan, bis zum nächsten Mal. Was nehme ich denn jetzt hier? Ich probiere das mal aus. Mal schauen, wie das ist. Was machst du denn da? Ich bin sicher. 1000 4 5 5 6 9 Bitte vergeben mir, mein Blick war von der bösen Marke des dunklen Zirkels zertrübt. Farrar kann nicht vergeben werden. Danke für eure Hilfe. Die Knausern voll mit den Legendaries. Wenn wir die heiligen Schriften meines Ordens finden, gehören sie mir. Einverstanden. Wohlan denn, Skelettkönig, nehmt euch in Acht. Der Templer überhaupt? Einen neuen Begleiter? Überpasst. Das ist jetzt einfach die vierte Ebene von dem Kackding, ey. Oh, was ist das schon ganz so gemacht? Ja. Freestabs! Woah. Boah, ich glaub da sind grad vier Gleitzer, die explodiert. Das war nicht so geil. Das war nicht so geil. Wann der was geiles tun? Ne. Dessen bin ich mir sicher. Nur er fangt beim König Gehör und belegte ihn so mit finsterer bösartiger Magie. Er redete ihm ein, dass ein Angriff aus Westmark unmittelbar bevorstand. Aus Angst, gegen den Erzbischof aufzubegehren, stimmten die nichtsnutzigen Berater widerstandslos zu und schickten uns in den Tod. Oh, das ist es. Oh, sieht übel aus. Oh, ah, get set. Danke. Oh, shit. Oh, shit. Ah, shit. Ah, shit. Oh, shit. Ah, fuck. Oh, shit. Oh. Ich bin schwer verwundet. Ah, wie sieht es, glaube ich, wieder im Kreis? Ah, das macht sich gut. Ah, das macht sich gut. Ich habe null Resistance gegen Chiles, Caster oder Bogenschützen oder sowas. Gebt mir einfach, wer hat Lust? Ich mach den Stream erstmal raus, ja? Ja Ich steck's da nebenbei, ja Oh oh Du für die Archer Okay Geht's head, was? If you pick, so then? Beaver, die sind Kananum Ein Ablau Oh und ein Reibliner Ich sollte uns hier unterziehen Nein, die machen die Laser Kein Kryptonit Ohh Geht total Geht set Ach.. geht Nein, 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 nein. Spam die Laserhälte. Scheiße. Steve, kriegt ihr mich nie gespeichert. Nein, Johnny, mach das nicht. Wenn ihr das Gebäude umstellt, geben sie sich mit der oben den Händen. Dem bleibt ja mich nie, der Schweine. So, da waren Mops hier, hab ich gar nicht gesehen. Alle sind schon wieder super. Muss ich zugeben. War für die Katz. Wir haben die Blauen bewegt. Überhin Level Up für mich. Unschuldig. GZ. Minderwertige Kentenstiefel. Nein! So lassen wir jetzt noch Vorfeld aus. War so'n Vetter dabei. Ja, aber sonst, wenn die explodieren, lassen die so Leichenwürmer rumkrabbeln. Ja, ich glaub das sind jetzt, weil wir so OP sind. So. Was ich nicht auf der Seite. Was ist denn... Ich bin sehr verbunden. Oh, ich wurde generzt. Oh. Ich bin sehr verbunden. Oh, ich bin ein Legende der Kopfschuss. Oh, das hört sich gut an. Oh, er hat sogar einen Sockel. Jedes Mal, wenn ein Edelstein fallen gelassen wird, wird ebenfalls ein Edelstein des Typs fallen gelassen, der in diesen Gegenstand gesockelt wurde. Das hört sich mal krass an. Muss ich zugeben. Sieht echt relativ krass an. Ich finde das Ding... Na gut, auf Low Level lohnt es sich noch nicht. Aber auf High Level ist es halt. Weil die Edelsteine extrem teuer werden ja zum Herstellen. Ich werde trotzdem meinen Nutzen draus finden. Ziehen. Ach, ich wollte den Stream ausmachen. Ja. Ach,